Backstage Ja... Was ist das Lachen, wenn ich so ein Geräusch gemacht habe? Ich nehme mal den Kaffee. Ich nehme den Kaffee, wenn du sagst, geh los und trinkst. Die erste Folge Backstage ist online und wir losen jetzt die Gewinner. Genau, zu gewinnen gab es die CD von Ich kann fliegen, alles flimmert. Unterschrieben von den Jungs. Und Sassi zieht jetzt die erste Person. Sie ist konzentriert, sie greift daneben. Und die erste CD geht an... Anja AEG. Liebe Anja, schick uns bitte eine Nachricht mit deiner Adresse an unsere Facebook-Seite. Und wir schicken dir die CD zu. Und wer die zweite CD gewonnen hat, erfahren wir jetzt. Warte, und gewonnen hat... Anna Lindner. Anna, auch du schick uns bitte eine Nachricht an unsere Facebook-Seite mit deiner Adresse. Und dann bekommst du auf die bald diese wunderbaren CD zugeschickt. Ich würde gerne noch Tee haben, aber das wäre jetzt zu... Jetzt... Okay. Ja, danke. Dann reicht auch. Okay. Woah, bitte. Ich danke. Ich danke. Ich danke. Ich danke. Untertitelung des ZDF, 2020